Hallo liebe Oldtimer-Freunde, ich möchte euch heute hier einmal ein paar Bilder zeigen von einer DKW-Auto-Union. Es soll sich um eine NZ350 handeln, da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, seht es euch einfach an. Und die Farbe ist auch nicht original, hat auch nichts mit Wehrmacht zu tun, denke ich mal. Seht es euch einfach an und viel Spaß dabei. Wenn ihr es etwas genauer sehen möchtet, drückt die Pause-Taste und zoomt es euch heran. Viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017